Sind diese roten Haare natürlich oder gefärbt? Zwei Wochen Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars im Green Planet DLC Und es ist ein Wundergeschehen, wir haben endlich mal wieder einen Fortschritt bei den Elmsfeuern geschafft Und zwar mehr Ausrufezeichen Und da klicke ich jetzt mal drauf Unsere Wissenschaftler möchten ein Experiment durchführen, das uns dabei helfen soll, die Irrlichter besser zu verstehen Was dem Plan an Eleganz fehlt, macht er durch einfache Durchführbarkeit wieder wett Er wird Experiment 03K64 genannt Und sieht vor, dass wir einen riesigen Wassertank bauen In dem eine noch nie dagewesene Menge Wasser auf kleinem Raum gespeichert werden kann Um anschließend das Verhalten der Irrlichter zu studieren Baue einen neuen großen Wassertank und befülle ihn mit Wasser Wenn du bereits einen großen Wassertank besitzt, musst du einen neuen bauen Oh, ich hätte etwas ausgeklügelteres erwartet, aber okay Ja genau, diese großen Wassertanks hatten wir bekommen mit der Erforschung der Technologie Da muss ich mal schauen, wie hieß die nochmal Wie war die nochmal, hier Riesenlager, genau Neues Gebäude, großer Wassertank Und da würde ich mal sagen, bauen wir jetzt mal so einen Und der muss dann wahrscheinlich auch komplett volllaufen So, den sollten wir auf jeden Fall in die Nähe einer unterirdischen Heizung bauen Damit der nicht hier Erfriert, wenn wir hier Kältewelle haben Also wir sollten den vielleicht sogar hier hin bauen Das heißt, ich mache jetzt mal folgendes Ich baue jetzt hier mal ein Kabel nochmal so Dass wir hier diese Kabel löschen können Und dann können wir nämlich da den Tank Den direkt da hin bauen, ja Das ist ganz wichtig Und der speichert glaube ich irgendwie 4000 Einheiten Wasser tatsächlich Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier unsere Wasserförderung nochmal ausbauen Dass wir den Tank möglichst schnell vollkriegen auch Das ist ganz wichtig Je schneller wir das schaffen Desto schneller hört nämlich dieses Elmsfeuerereignis auf, glaube ich Tatsächlich glaube ich, dass das schon das Finale vom Elmsfeuerereignis gewesen ist So, natürlich sind die Drohnen wieder so doof Und machen dieses eine Eckchen hier von der Leitung wieder nicht fertig Hallo Drohnen Ihr müsst arbeiten Arbeiten So, Moment Hahaha, mir fällt noch was anderes auf Wir brauchen wieder Eisen Wir haben noch 76 Einheiten Eisen Hier unten haben wir noch was, guckt mal Von unserem Boris Und der Boris hier, der ist auch noch aktiv Da können wir auch nochmal was sammeln Dieser Boris hier ist nicht aktiv gerade Übrigens entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld Auch bei den Leuten, die das auf YouTube gucken Irgendwie habe ich heute einen leichten Frosch im Hals Da kommt auch immer wieder Ich weiß nicht genau, was da los ist Ich muss mich ab und zu mal räuspern wahrscheinlich Nicht wundern Ich liege nicht irgendwie im Sterben oder so Also vielleicht ja schon Und ich habe es noch nicht gewusst Aber keine Ahnung Auf jeden Fall muss ich mich ab und zu mal räuspern Der will irgendwie nicht weggehen Keine Ahnung Manchmal hat man so Ja wie Jan Hofer von der Tagesschau Der hat manchmal das auch Das ist immer ganz lustig Wenn ihm dann immer so anfängt die Stimme wegzubrechen Und man weiß immer schon Okay, der hat jetzt wieder seinen Frosch im Hals Das wird nichts mehr heute Bei der Tagesschau Die können wir abschreiben Ja, das ist dann immer so Dann klatschen dann immer schon die Hände Kollektiv an die Stirn In der Redaktion Das ist immer so der Moment Der Hofer, der kriegt es schon wieder nicht gebacken Genau Das ist so das Ding Das sind nur meine kleinen Problemchen heute Genau Und jetzt kümmern wir uns aber erst mal wieder Um unsere Probleme in der Kolonie Meine lieben Freunde Und wir haben hier jetzt Das Eisen aufgesammelt Das laden wir jetzt hier gleich mal ab Da laden wir das ab Genau Meine Aufmerksamkeit wird verlangt Informationskriege Ach du meine Güte Kommandant Ein unbekannter Rivale verbreitet Ich hätte beinahe was anderes gelesen Propaganda Videos in unseren Netzwerken Die Videos zielen darauf ab Die verschiedenen Klassen von Kolonisten Gegeneinander auszuspielen Manche zielen auf Fabrik- und Extraktorarbeiter ab So wird beispielsweise behauptet Dass innerhalb der Kolonie Eine elitäre Kultur herrschen würde Die Wissenschaftler, Mediziner und dergleichen Bevorzugt behandelt Das stimmt überhaupt nicht Das ist eine Lüge Das ist eine infame Lüge Andere versuchen wiederum Unruhe unter den Medizinern und Wissenschaftlern zu stiften Indem sie behaupten Dass die Fabrikarbeiter Für die unbeliebten Entscheidungen Der Führerschaft der Kolonie verantwortlich seien Auch das ist eine Lüge Bis unsere Firewalls wieder einsatzfähig sind Können wir nur ein paar Kanäle blockieren Einige werden für kurze Zeit offline Online bleiben, Verzeihung Was vielen Kolonisten die Möglichkeit gibt Sie anzusehen Wir können es uns nicht leisten Die Arbeiter in den Fabriken und Extraktoren zu verärgern Mediziner und Wissenschaftler Verlieren für 15 Sols Moral Die Moral in unseren Krankenstationen und Laboren Hat höchste Priorität Tatsächlich müssen wir Eher die Produktion am Laufen halten Es ist wirklich so Denn die Forscher mal ein bisschen Moral verlieren Ist das jetzt nicht so schlimm 15 Sols ist natürlich eine Ansage Aber wir können es uns nicht leisten Dass die Produktion einbricht Deswegen Stellen wir uns mit unseren Arbeitern gut Auch wenn das alles Lügen sind Die da verbreitet werden Das ist alles nicht richtig Was da behauptet wird Ah hier kriegen wir gleich einen Durchbruch Ah ne Quatsch Neue Technologien sind das Eine Leiste neuer Technologien Und wir haben Geldmittel bekommen Naja Wenn wir jetzt eh wieder Durch die Moral Durch die Moralverlust bei den Forschern Wieder weniger forschen Sollten wir auf jeden Fall nochmal outsourcen Finde ich Ja Tank Genau Der Tank kann gebaut werden Guter Hinweis Guter Hinweis Guter Hinweis Und den drehen wir mal so Dass wir das hier hinsetzen können Genau So der ist jetzt hoffentlich noch Genau der ist in Reichweite Sodass er von der Heizung noch beheizt wird Sehr gut Und dann kann hier nämlich auch Kein Elmsfeuerloch entstehen Das wäre dann nämlich blöd Weil dann Könnten wir den da nicht bauen Oh und äh Ich muss mal gucken wegen Strom Hahaha Strom Strom Wir müssen noch ein Windrad nochmal bauen Ein neues Weil Meine lieben Freunde Oder nee warte mal Wir bauen noch einen Stirling Wir bauen am besten noch einen Stirling Und dann vielleicht noch ein Windrad Wir müssen nämlich dann gleich Wenn der Staubsturm in einem Sol 18 Stunden losgeht Müssen wir unsere Stirling Reaktoren Nämlich alle schließen Und zu dem Zeitpunkt Wenn wir dann keinen Keine Leistungssteigerung Keine Leistungssteigerung Beim Strom haben Dann wird es eng Dann haben wir ein Problem Genau Bauen wir da mal noch ein Windrad auf Also dann noch einen Stirling Noch ein Windrad Das rüsten wir dann noch auf Genau Und dann passt das Dann müssen wir strommäßig Ganz gut aufgestellt sein Das Wasser hier Das ist ja am versiegen Diese Quelle Die ist bald weg Die enthält nur noch 51 Einheiten Wasser Dann müssen wir das dann schon abreißen Das heißt wir müssen dann hier Die Quelle umso stärker ausbeuten Damit wir den Tank überhaupt voll kriegen Das wird auch so eine Sache Und danach Haben wir nur noch gespeichertes Wasser Weil dann wird diese Wasserquelle auch Weg sein Dann müssen wir eigentlich mal anfangen Hier unten das Wasser zu erschließen Genau Jetzt sind Polymere Im Lagerstand niedrig Dafür haben wir nochmal ein Stirling Und das Windrad ist fertig Das rüsten wir jetzt auch gleich auch Auf wenn es Polymere kostet Das machen wir jetzt direkt So Der Wasserspeicher ist am Start Meine lieben Freunde Er ist am Start Er zutzelt jetzt hier natürlich Diese Quelle leer Das sehen wir jetzt hier auch Ja Die wird jetzt hier leer gezutzelt Das muss man sich vorstellen Wie so ein Strohhalmgeräusch So Wie wenn ich ein Milchshake wegschnuckele Dann klingt das genauso Genauso klingt das dann Und die Elmsfeuer Die rotieren da natürlich auch drum rum Ah ja Da ist es leer Genau Gebäude mit erschöpften Vorkommen Lasst uns die gleich mal abreißen Hier So jetzt haben wir Wasser minus 6 Ihr seht das schon Das ist natürlich nicht so geil Da müssen wir gegenhalten Und zwar müssen wir hier Mit einem weiteren Extraktor Gegenhalten auf jeden Fall Ganz dringend Und ganz wichtig Ganz wichtig Ganz dringend So Schön mit Strom versorgen Ich will diese Elmsfeuer Endlich loswerden Ich will die loswerden Wasserverlust minus 1 Die Elmsfeuer ziehen jetzt Natürlich auch noch ein bisschen was ab Ah sie haben sich schon wieder zurückgezogen Alles gut Alles gut Alles gut Hatten wir hier nicht eine Meteorverteidigung aufgebaut Ja hatten wir Aber die ist hier jetzt natürlich ziemlich sinnlos Die Anlage Hm Die bräuchten wir jetzt eigentlich hier hinten Kann ich mir das leisten Die abzureißen und neu zu setzen Ich baue die jetzt mal hier hin Oder so dass der Drohnenhub noch mit drin ist Ich baue die mal hier hin Und reiß die hier mal ab Weil hier ist die hier Die ist jetzt relativ sinnlos Die brauchen wir nicht mehr Hier ist ja jetzt keine Anlage Die geschützt werden muss Ah Wir sehen hier auch den Fortschritt Bei diesem Experiment mit dem Tank 3% Fortschritt Weil wir natürlich den Tank Gerade mal mit 3% Wasser gefüllt haben Das heißt wir brauchen dringend hier noch Diesen Extraktor Sonst geht es nicht weiter Vielleicht sollte ich mal Ich mache jetzt mal folgendes Meine lieben Freunde Ich fordere jetzt mal Feuchtigkeitsvaporatoren noch an Damit wir so ein bisschen noch eine Ergänzung haben In der Wasserversorgung Und vielleicht sollten wir dabei auch gleich noch Noch mehr Sterlings anfordern Oder warte mal Was ist denn gerade knapp an Ressourcen Elektronik werden gerade knapp Vielleicht nochmal einen Schwung Polymere und dann nochmal Drohnen 10 Stück So setze ich jetzt mal eine Versorgungsrakete zusammen Das scheint relativ wichtig zu sein hier Scheint sinnvoll zu sein Das so zu machen Dann machen wir das Genau so Das Ding hier ist jetzt fertig Der Wasserförderer Den verstärken wir auch gleich direkt Damit der gleich noch ein bisschen mehr fördern kann Und der Wasserturm Der wird gefüllt Genau Der versorgt das Netz hier auch noch nicht Der muss erst 75 Einheiten gesammelt haben Bevor er das Netz versorgt Und momentan Sind gerade mal 36 Einheiten drin Das heißt Das ist gerade mal ein Bodensatz Was da drin ist Das ist noch nix Da fehlt noch einiges So wie sieht es hier aus Die Kuppeln sehen ganz gut aus Muss ich sagen Da bin ich ganz zufrieden Genau wir haben ja jetzt hier auch die neue Kuppel Mensch da bin ich noch gar nicht dazu gekommen Die mal auszubauen Unglaublich Man kommt zu nichts hier auf dem Mars Man kommt zu nichts Man hat immer zu tun Immer hat man hier zu tun Das ist unglaublich Wir bauen hier gleich mal einen kleinen See Eine Statue Wir bauen einen kleinen Garten Bauen wir rein Und jetzt wollte ich nochmal gucken Was können wir noch bauen Sinnvollerweise Was können wir noch bauen Die Universität Hatten wir die schon Ah da muss ich ein bisschen gucken Wegen Electronics Das könnte ein bisschen eng werden Ne wir haben noch keine Uni Aber da ist jetzt die Frage Ist das so eine schlaue Idee Die Uni Hier mit reinzubauen An sich schon eigentlich Ich mach das jetzt einfach mal Genau Und dann können wir bei nächster Gelegenheit Mal noch eine weitere Fabrik bauen Für Für Polymere Und für Maschinenteile Würde ich sagen Aber vorher brauchen wir noch Ein paar mehr Menschen Ich schick mal noch eine Rakete los Mit mehr Passagieren noch Gucken wir mal Wir haben jetzt gerade Einen Mangel An Ah so ist die Zusammensetzung Eigentlich ganz gut Genau wir wollten Offiziere holen Stimmt Wir brauchen Offiziere Für die eine Planeten Andere Das hab ich beim letzten Mal vergessen Deswegen Gehe ich da jetzt Gut Malo Residente Schreibt es auch gerade Im Live Chat Ich mache jetzt hier mal Den Daumen hoch Für Offiziere Dann haben wir nämlich auch mal Offiziere Und dann können wir nämlich Diese Mission machen Wunderbar Kriegen wir wieder Forschungsfortschritt Trotzdem starten Mit der roten Rakete Rotte Rakete Rotte Rakete Rotte Rakete Schöne rotte Rakete Genau Denn wir sind ja hier immer noch Mit Russland auf dem Mars Russland Deswegen sind die Gebäude So schön Rot-Weiß Esst ihr gern Rot-Weiß Meine lieben Freunde Dann kommt nach Russland Russland Oh scheiße Es sind Die Ressourcen sind low Okay warte 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 Wir machen das mal so Wir sammeln mal hier In der Gegend Mal die Metalle auf Und dann lassen wir die mal Hier oben abladen Ganz wichtig Denn hier ist schon Ein ganz schöner Mangel Wieder am Start Oh Ah Treibstofflager Muss auch Neu gebaut werden Wir brauchen Mehr Lagerkapazität Und Ich ahne es schon Einige werden jetzt wieder Schreiben von wegen Bau doch die großen Lager Kann ich nicht Ja Doch kann ich doch Kann ich wohl Warum kann ich denn das Normalerweise kann man das Nämlich nicht so früh Das muss von Russland Ne Spezialfähigkeit sein Oder haben wir das schon erforscht Habe ich das schon erforscht Oder habe ich das von Anfang an gehabt Manche Fraktionen haben das von Anfang an Ich glaube tatsächlich Ich habe das schon von Anfang an Okay Dann äh Würde ich sagen Streicht was ich gerade gesagt habe Meine lieben Freunde Dann würde ich doch mal sagen Wir bauen einfach mal so ein Treibendes Stofflager Direkt dahin Dann können die Treibstofffabriken gleich direkt Alles da reinpacken Ja wenn da mal was eng werden sollte Allerdings ist es natürlich auch so Das muss ich auch mal Korrigierend erwähnen Die Depots machen schon auch Sinn Es ist nicht so dass man nur diese Großen Lager bauen sollte Ab einem bestimmten Punkt Denn die Depots Die sind für die Verteilung ganz gut Du willst ja zum Beispiel so ein Lager Das nimmt ja auch Platz weg Du willst zum Beispiel nicht deine Kuppeln Rundum mit diesen Lagern vollpflastern Und dann nicht mehr Platz haben Für zum Beispiel Polymerfabriken Und andere wichtige Sachen Da lohnen sich die kleinen Depots Tatsächlich mehr Weil da kann relativ Solide Menge Relativ nah an die Verbraucher Platziert werden Und damit ist das besser für die Verteilung Ja also diese kleinen Depots Sind dann für die Verteilung ganz gut Deswegen baue ich diese Treibstoffdepots Auch gerne in die Nähe Der Landeplätze Weil dann die Raketen Schnell betankt werden können Ja deswegen mache ich das Kurze Wege und so Ist gar nicht so schlecht So in 5 Stunden beginnt der Staubsturm Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall Drauf einstellen Dass unsere Solarpaneele dann nicht aktiv sind Und unsere Sterlings Können wir dann auch schon verschließen Dann Und vielleicht sollte ich dann in der Zeit Nochmal Nicht benötigte Gebäude deaktivieren Das könnte ganz schlau sein Ja das war das Das war die Treibstofffabrik Die nicht funktioniert hat Das wird gerade nochmal erwähnt Weil das Lager voll war Alles schon wieder gut Alles schon gesehen Und gelöst Ein Kolonist hat Heimweh Das kleine Schweinchen Wird dann wieder abreißen In einer Stunde beginnt der Staubsturm Da können die Raketen nicht landen Oh Gott Hoffentlich dauert der Staubsturm Nicht so lange Alles klar Er beginnt jetzt Ich mache jetzt die Sterlings schnell zu Mit Kontroll gedrückt halten Schließe ich sie alle Genau Alle sind zu Und er beginnt Zwei Sohls Elf Stunden Das ist okay Das sollten wir eigentlich überleben Hoffe ich Ja wir machen sogar noch Ein leichtes Plus an Energie Weil jetzt natürlich die Windräder Wieder ein bisschen Aktiver sind Okay jetzt machen wir Keinen Plus an Energie mehr Soviel zu dem Thema Ah was ich auch noch vergessen habe Einen großen Sauerstofftank bauen Oh hoffentlich wird uns das jetzt nicht Das Genick brechen Weil der Sauerstoffverbrauch Wird jetzt doch ganz schön hoch sein Ja Hoffentlich bricht uns das jetzt nicht Das Genick So aber Wasser kommt noch rein Das ist schon mal gut Ja die Versorgungsrakete Mit den Einrichtungen Mit den Blaupausen Die ist jetzt natürlich auch nicht am Start Die können wir auch nicht landen lassen Tolle Wurst Das ist gar nicht mal so gut Aber könnte schlimmer sein Könnte alles schlimmer sein Meine lieben Freunde Könnte alles schlimmer sein Warte mal Wie sieht es denn mit der Forschung aus Ah ja da können wir mal wieder auslagern Ne können wir nicht Stimmt ich habe ja das ganze Geld ausgegeben Fabriken K.I. ist aber schon bei 87% Das ist schon mal gar nicht schlecht Und wir haben mal wieder ein Leck Das ist nicht gut Hoffentlich wird es schnell gestopft Und natürlich chillen die Drohnen wieder rum Ah ok da wird gearbeitet Sehr gut Das ist immer der große Haken Beim Staubsturm Wenn dann die Sauerstoffversorgung Zusammenbricht Das wäre richtig mies Oh ja Das ist ein richtig großer Richtig großes Minus Was wir hier haben Das ist natürlich nicht so geil Das zieht auch die Wasserversorgung runter Wenn da ein Leck entsteht Ok Leck ist gestopft Hoffentlich entsteht nicht so schnell noch eins Die Lecks sind halt wirklich ein Problem Und da meine ich nicht Lecks im Sinne von Schlechter Performance im Video Sondern ich meine Ich meine tatsächlich die Lecks die entstehen Wenn die Leitungen brechen Verdammt Kannst dir doch ein Kannst dir noch einen O2 Tank leisten Das Problem ist Es wird gerade kein neuer Sauerstoff produziert Wegen dem Staubsturm Das heißt wenn ich jetzt einen baue Bringt mir das nichts Ja das würde nichts bringen Der würde jetzt nicht aufgefüllt Das muss ich erst machen Wenn der Staubsturm vorbei ist Erst dann Hat das einen Sinn Jetzt kommen natürlich Auch wieder die Elmsfeuer raus Genau jetzt sind die anderen Sachen auch Kritisch hier Elektronische Geräte Und Polymere Polymerski Wie sieht es energiemäßig aus Das geht gerade noch Wobei ein weiteres Windrad Wäre jetzt auch nicht so verkehrt Ehrlich gesagt Wir könnten es jetzt nur nicht so easy aufrüsten Wegen Wegen Materialmangel bei Polymeren Die brauchen wir ja auch für die Wartung von den Akkus Die Akkumulatoren müssen mit Polymeren gewartet werden Deswegen Ist das ein bisschen kritisch manchmal da Was das angeht Dieses Universallager ist jetzt natürlich nicht mehr vom Vom Laser geschützt Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof Mir fällt aber auch irgendwie nicht ein Was ich hier noch hinbauen kann Dass es sich ein Laser hier an der Stelle lohnen würde Ist ja halt scheiß Gelände hier So ein bisschen Schon wieder ein Leck Oh man Diese scheiß Lecks Wo sind die Lecks Okay das sollten sie aber schnell Beheben können hoffe ich Sind sie dran Tut was Tut doch was Verdammt Wir brauchen wieder Metall Dringend 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 Es geht da Oh alter Wir haben kaum noch Metall Das wird voll rausgezogen Gerade Heilige Scheiße Ich sollte mal den anderen Boris Wisst ihr was Den lassen wir jetzt mal direkt hier bohren Den anderen Boris Den Bohrrover Der kann mal direkt diese Ressource ausbeuten Ist jetzt egal Wenn da nur 50% rauskommen Immerhin hat diese Quelle hier 1000 Einheiten Das ist jetzt erstmal egal Hauptsache wir kriegen da schnell Metall Wir haben hier nichts mehr Wir können nicht mehr warten Also im wahrsten Sinne des Wortes Wir können nicht mehr warten Mit der Wartung So rum Gleich fallen hier nämlich alle Anlagen aus Die auf Metall basieren Wenn das hier nicht schnell am Start kommt Und hier können das Das ist jetzt der Vorteil Hier können die Drohnen das nämlich auch direkt abtransportieren Wenn das hier entsteht So die Rakete mit den Vaporatoren ist jetzt angekommen Ein Sohl und 8 Stunden geht der Staubsturm noch Heilige Macaroni Komm Sammel es schnell Sammel es auf Jawohl Sauber Sehr gut Wie viel ist denn das? 19 Einheiten Oh Gott Wir brauchen mehr Wir brauchen viel mehr Wir haben gerade nur ein Leck im Stromnetz Das ist noch verschmerzbar Aber ist natürlich auch nicht so geil Am Ende des Tages Schon wieder ein Leck Ah scheiße Oh der Sauerstoff Er wird weniger Und noch ein Sohl Staubsturm Hoffentlich kommt danach nicht direkt eine Kältewelle Ja Fabrik KI Fabrik KI ist fertig Gucken wir gleich mal Was können wir hier gleich noch einreihen? Lasst uns mal Das hier noch mit einreihen Fabrik KI ist durch Da können wir gleich mal eine Fabrik upgraden Wo lohnt denn sich das am meisten? Das lohnt sich eigentlich am meisten hier bei der Elektronik Fabrik Weil da haben wir nämlich die meisten Defizite hier Da müssen wir erstmal die Rakete landen lassen Mit den Elektronik Sonst haben wir hier direkt einen Mangel Das heißt das können wir erst machen nach dem Staubsturm Dann können wir direkt Das KI Upgrade durchführen Komm 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 Zieh durch Ja genau Hau die mal hier raus Die Metalle Sehr gut Wie sieht eigentlich der Horizont aus Bei so einem Staubsturm Ich mach mal hier die ganzen Hinweise weg Ja man sieht da so einen Marsianischen roten Dunst Wow Gott hab ich mich erschrocken Roter Dunstschleier Oh Gott Alle Ressourcen sind gerade low Alles ist low Alles ist low Naja nicht alles aber Viele Sachen Sauerstoff ist auf der Hälfte Wir brauchen wirklich noch so einen großen Tank Ganz dringend ey Ganz 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 dringend Toll der Wassertank ist jetzt auch leer Weil wir hier nur Lecks haben gerade Weil wir nur Lecks haben Das ganze Wasser geht weg Scheiße Scheiße Da haben wir eine Anomalie Schnell hin Das könnte ein Durchbruch sein Ein wichtiger Nein du doch nicht Du sollst da bleiben Warte der andere hier Der der direkt daneben an ist Der soll da hingehen Los Schnell Haben wir eigentlich Was ist eigentlich der letzte Durchbruch gewesen Ach ja Berufsorientierte Gesellschaft Stimmt Es wäre mal geil Einen Durchbruch zu haben Dass die Leitungen nicht mehr gewartet werden müssen Das wäre mal ein geiler Durchbruch An der Stelle Das hätte ich mal gerne Das wäre mal richtig gut Der würde sich vor allem richtig lohnen Ah wieso bist du pausiert Du darfst nicht Pause machen hier Faules Stück Fahr da hin Sammle Eisen Los Tu es Tu es Oh Gott Okay das Leck ist gestopft Ja so ein Staubsturm ist immer eine helle Freude auf jeden Fall Vor allem Ja tausend Einheiten Wasser sind hier schon weg Die sind einfach verpufft Pollywurst Ah ich habe übrigens Quatsch erzählt vorhin Ich habe vorhin gesagt Der hat hier eine Kapazität von 4000 Der hat eine Kapazität von 1500 Verzeihung Ich hatte irgendwie noch 4000 im Kopf Aber 1500 ist auch schon eine ganz schöne Menge Zwölf Stunden noch Staubsturm Okay strommäßig sind wir aber ganz gut durchgekommen Muss ich sagen Das hätte deutlich schlimmer ausfallen können Dann können wir gleich nochmal das Windrad upgraden jetzt Ja die Windräder produzieren halt auch mehr Strom wenn es staubt Diesen komischen Stromdings da Dieses kleine Schniebelchen da vorne Das können wir mal weg machen Das ist nur Erhöht nur die Wahrscheinlichkeit für weitere Ausfälle Das ist nicht so gut So neun Stunden noch Neun Stunden Neun Stunden Staubsturm Lasst uns hier mal auch noch eine Deponie hinbauen Am besten hier so neben den Landeplatz Das ist vielleicht gar nicht so schlecht Dann können die Drohnen mal hier die Abfälle von dem Förderer direkt hier ablegen Der müllt hier sonst alles zu Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sechs Stunden Fünf Stunden Wie das echt Metall rauszieht hier Metallverbrauch 7 Metalle für Wartung 2 Also wir müssten eigentlich auf eine Produktion Reibungsfreie Verbundwerkstoff Oh bitte sag mir dass das was zu tun hat mit den Leitungen Boah was Stromerzeugung von Windrädern Um 100% erhöht Holy Macaroni Soße Alter Schwede das müssen wir sofort machen Dann das Und äh dann das Und dann Was wollten wir noch machen Jetzt hab ich's wieder vergessen Irgendwas tolles Wasserextraktion aus der Tiefe genau Reibungsfreie Verbundwerkstoff Das ist richtig geil Das ist richtig geil Das wird uns einiges an Stress Ersparen meine lieben Freunde Wenn wir hier Doppelt so viel Energie produzieren Das würde bedeuten Denn ein Windrad Im Staubsturm würde produzieren 51 Energie 51 Wir bräuchten nie wieder Stirlings bauen Im Staubsturm Wir bräuchten nichts anderes mehr Außer Windräder eigentlich Wir würden unsere gesamte Energieproduktion Komplett verdoppeln Alter Nicht schlecht Das ist richtig geil Das ist richtig geil Das ist richtig geil Sektor C8 42K Was? Sektor C8 Wo zur Hölle ist C8? A9 G8 G5 G5 E D C8 42.000 Wasser Ja aber unterirdisch Da brauchen wir erstmal die Technik Um das zu fördern Lol Das ist ja unterirdisches Wasser Das bringt mir jetzt ja noch nichts Das hier ist erstmal wichtiger Die 6300 Einheiten Die können wir nämlich tatsächlich fördern So jetzt können wir aber erstmal hier die Raketen landen lassen Genau Jetzt ist der Staubsturm schon mal vorbei Das ist ganz wichtig So Raketen sind da Versorgung ist da Mehr Drohnen sind da Mehr Menschen sind da Alles mehr 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 Genau lasst uns In der Kuppel Vielleicht auch nochmal Entsprechend bauen Eine Nahrungsversorgung Hier Nahrungslebensmittelgeschäft Genau Können wir ja hier hinbauen Lebensmittel Und Und Diner auch noch Und dann gleich noch hier so eine So eine Gassendings Gasseneinrichtung Was war Earthsick Colonist schon wieder Wie viele Steht nicht da Oh 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 Paradox Space Y Scannt in zwei Sols Und 23 Stunden Eine Planetenanalyse Wir müssen denen zuvorkommen Definitiv Deswegen sage ich jetzt hier Fliege bitte Zum Fedora Projekt Jetzt haben wir ja die Menschen die wir dafür brauchen Die Offiziere Die müssen jetzt gleich mal ran Definitiv Definitiv Und hier bei der Dings können wir mal noch mehr Schichten aufmachen Bei der Uni Dann können wir mehr Spezialisten ausbilden Gleichzeitig Das sind ja nur Kuppel Das sind ja nur Kuppelbauplätze die sich lohnen für den Komfort Aber das sind ja keine Edelmetallvorkommen Das ist ein bisschen mager hier Meine lieben Freunde Da müsste Da müsste man noch mehr machen Da müsste man noch mehr finden So sehr gut Beide Raketen sind auf dem Weg Gibt es noch eine andere Anomalie Die noch Gut die mit dem ferngesteuerten Dozer Die werden wir nicht kriegen Das schaffen wir nicht mehr Da müssen wir uns erstmal einen Dozer besorgen Das geht ja noch nicht Oder können wir schon Welche bauen Oh war Ah wir können den Dozer schon bauen Aber wir bräuchten dafür 10 Einheiten Ne warte mal Warte mal ne Wir machen mal mit dem Electronics Erstmal hier das Fabrik Upgrade Das ist viel wichtiger Vielleicht auch gleich noch hier Bei der Polymerfabrik Da können wir das auch gleich noch machen Das ist eine wichtige Investition Dann kriegen wir nämlich mehr Electronics Und mehr Polymere Das ist wichtig Ganz 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 wichtig Was? Meteor Incoming? Ja Ist euer Ernst oder was? Das kann jetzt nicht wahr sein Was soll denn das? Was machen die denn die Idioten? Warum fahren die wieder zurück? Ihr müsst es reparieren ihr Spinner Schnell Ihr müsst es da fixen Scheiße Warte mal Diese Leitung da Die ist auch blöd Die können wir eigentlich mal weg machen Schnell fix das Aber das ist mal wieder so typisch Ey Dieser eine Meteorit Der muss natürlich da einschlagen Wo die neuralgische Versorgungsleitung verläuft Das ist wieder Klassisch Klassisch Meine lieben Freunde Aber ich würde sagen An der Stelle Mit diesem Aufreger Ist jetzt auch wieder diese Folge zu Ende Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Schaut auch gerne mal In die anderen Videos rein Die an dieser Stelle verlinkt sind Oder abonniert gerne meinen Kanal Und aktiviert die Benachrichtigungen Damit ihr keine Folge Surviving Mars mehr verpasst Oder jede andere Folge Auf meinem Kanal Es kommen täglich Videos Also abonnieren Und aktivieren Und dann geht es weiter In der nächsten Folge Surviving Mars Green Planet Bis dann Ciao, ciao